Go, Mau! Na, da hat man seine Brille verlierer... äh verloren. Äh, wo ist denn Pia? Ich, ach da! Da ist er. Na, das hat er wohl nicht so gemocht. Na, was soll's. Woooow. ное Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, ich hab keine Energie mehr. I can't do shit today. Hi, Bid. Brauchen wir denn irgendwas davon? Wut? Äh, Aquarium. Ja, hab ich nicht. Okay. Wenn ich go for sleep tonight. Ne Brasse. Nö. Kann er verkaufen. Der ganze Schrot. Das ist so weird. Warum ist es so ruhig? Warum ist es so ruhig? Wie ist es so ruhig? Du ein kleines Arschgebruch. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Kleine miese Schabrödo. Ich bin Kevin, ich bin ein Arschloch. Schön. Ach, Fishing Level 3. Stufe 2. Was? Ich bin Stufe 2 bei Dings. Oh, nice. Alter, wir haben 2.900 gemacht. 2.900. Geil. Boah. Wieso haben wir keine UpQuest gemacht? 8.400. Wir haben gelernt, wie man Omelette macht. Tja, letzter Tag dieser Saison, ne? Ja. Ich hab völlig was vergessen mitzunehmen. Was hast du denn vergessen? Meiner Liebe und Zuneigung für andere Leute. Ich muss die mal kurz aus dem Bett wiederholen. Oh. Na weißt du, sonst halte ich das nicht aus. Tja, wo ist die eine Trommel hin? Ich hab keine Ahnung. Die ist einfach weg. Das war Schmutzung wahrscheinlich. Das war Schmutzung. Wo war Schmutzung? Wo war Schmutzung? Bürgermeister, ich hol's dir selber weg. Ne, dann würd ich mir nen Brief bekommen. Für Bürgermeister. Hm. Sehr zau. Beim letzten Gewitter ist ein Blitzdrener in die Trommel eingeschlagen. Die ist zufälligerweise ins Wasser gefallen. Hm. Tja, wieviel Holz hast du jetzt, Nicky? 167 oder so. Was, wieviel? 167 oder so. Okay. Und, da war noch ein paar Bäume. Na, ich bin schon dabei. Du wirst dich nicht abzuhacken. Dann sollte das Holz aber genügen, was wir haben. Ich brauche nur noch die Steine. Ich hoffe, ich weiß halt nicht, wieviel Stellen du jetzt hast. Wir brauchen 100. 100 noch was? Okay. Wenn du 100 hast, dann ist es perfekt, weil ich hab auch noch ein Bach. Hm. Genau, mal da unten gucke, ob ein paar die letzten Frühlings-Viblen dieses Jahres. Okay, ich hab jetzt 190, 140 Holz ungefähr jetzt. Ja, ungefähr 140 Holz. 1003, ich insgesamt. Ähm. Du musst doch mal was, Kevin. Du musst doch mal wieder. Mann, Nicky. Gib doch mal der Katze Wasser hier. Was soll denn das? Hier meine Katze. Okay, 223, 79. Okay. Wir haben die Materialien jetzt für die Hühnerfernen zusammen. Müssen wir noch zur Robin gehen und hoffen, dass er sonntags offen hat. Die Vögel, die hier ihren Lärm machen. Huhu. Kevin, stopp. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020